Startschuss für die neue Bundesliga-Saison in München-Gladbach mit Neutrainer Marco Rose. Zum ersten Mal präsentiert sich der 42-Jährige den Fans der Borussia. Ambitioniert startet er die neue Aufgabe beim Vorjahresfünften. Wir wollen gut gegen den Ball arbeiten, wir wollen guten Fußball spielen. Wir wollen die Leute mitnehmen, wir wollen die Leute abholen, gerne auch Spektakel haben. Aber vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass wir Punkte holen. Wir sind im Profibereich, spielen Bundesliga, Europapokal. Wir wollen guten Fußball entwickeln und das weiß ich, das dauert ein bisschen. Es braucht ein bisschen Zeit, vor allen Dingen, wenn du so einen Paradigmenwechsel hast. Aber ich freue mich drauf, es ist viel Arbeit, aber wir gehen es mit viel, viel Energie an. Die erste Trainingseinheit nach der Sommerpause vor den Fans im Borussia-Park. Mit dabei auch Neuzugang Brehl im Bolo, frisch vom Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 verpflichtet. Es hat einfach alles in dem Moment gepasst und eben mit dem neuen Trainer habe ich mich auch sehr, sehr lange unterhalten und telefoniert während der Urlaubszeit. Und ja, hat natürlich auch mit den Schweizer geredet, die natürlich mich ein bisschen Druck gemacht haben in dieser Zeit. Konnte aber wirklich in dieser Zeit auch in Urlaub abschalten, mich Gedanken machen und dann habe ich mich auch für den Schritt entschieden. Der Schweizer frischt zurück aus der Verletzungspause, muss aber noch etwas kürzer treten. Wir wollen jetzt nicht von 0 auf 100, weil ich eben vier Wochen jetzt den Fuß ruhig stellen musste. Und dann kann es ja nicht sein, dass ich jetzt von 0 auf 100 jetzt wieder hier mit der Mannschaft direkt einsteigen kann. Deswegen hat man so einen Plan gestellt, dass ich jetzt drei, vier Wochen mal ruhig eben so eine Vorbereitung vor der Vorbereitung machen kann und hoffe natürlich, dass ich spätestens dann im Trainingslager einsteigen kann. Ob das dann so kommt, wissen wir nicht. Die Natur hat seine eigenen Regeln, aber ich bin sehr optimistisch. Neue Trikots, neuer Trainer, neuer Millioneneinkauf. Borussia Mönchengladbach und der Startschuss zur Vorbereitung auf die neue Saison. Borussia Mönchengladbach und der Startschuss zur Vorbereitung auf die neue Saison.